Hallo Leute, schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Heute spielen wir HALL GUYS. Durch Brichtüren und Renne zu Zählen. Einige sind echt an. Aus dem Weg, aus dem Weg, nicht aus dem Weg, nicht aus dem Weg. Ja, schon falsch. Welche Tür wird sich öffnen? Perfekt. Und mitten durch. Links, rechts, links. Ich muss hier alle abhängen. Schnell. Und, ja, falsch. Ganz außen. Schnell. 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 Here они geschafft. Klasse. Schönen Schiff. so was kommt denn als nächstes überwinde die hindernisse und renne zwei runden aus der strecke ja 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 Das war's für heute. Super, weiter geht's. Gar nicht mehr so leicht. Komm, das scheint weiter. Fisch! Außen weg, außen weg. Nur die Abkürzung. Und nochmal die Abkürzung. Und auf. Wir haben verloren. Schütter. Und schütter. Überbinde die Hindernässe und renne zur Ziruline. Auf. 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 Schütter hat geschafft. Tschüss. Ein zweiter Oli. Auf. 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 Das ist ein Post io eindul. Oh. Ah. 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 P torture. Tsk. Runde beendet. Du bist ausgeschieden. Eine Runde weiter. Was wird jetzt kommen? Als nächstes folgt. Schnellbahn, überwinde die Hindernisse und renne zwei Runden auf der Strecke. Nicht die Bahn. Platz, der Zeile, los, lauf, 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 spring, spring, spring. Und sofort. Warte, gehts auf. Rede, rede. Komm auf. Shit. Weide, 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 weide. Oh mein. Kein verpasst. Kein verpasst. Nee. Hau ab. Ja. Tu mir mit. Abkürzung. Das gehts. Komm, auf. Spring, spring, schnell. Cool, lauf, blauf, lauf. Und was ist der da? Tut, tut, tut. Und da. Jetzt. Lauf, 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 lauf. Und spring, super. Und. Und durch den Ring, jawohl, perfekt, und er kommt, yes, bricht er, und hoch, ja okay, Genau und durch, auf, 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 6 oder 7, wenn ich schlecht, brrr, schon eine coole Figur, ausgeschehen. Der Wirbel, so gehts, weiche den Hindernissen aus und ich falle nicht in den Schleim. Juhu, ich stehe wieder los. Kommt doch mal, komm, komm! Jawohl! So, klein nochmal. Spinn! Hopp! Sprich! Und weiter springen und nochmal springen und weiter springen! Aaaaaah! Klopfen! Scheiße! So, knapp! So, knapp! So, knapp! So, knapp! So, knapp! So, knapp! Ich lade über die rotierenden Ringe, um die Zähllinie zu erreichen! 3, 2, 1, 6 agerdien John Schull 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 Alter, und springen. Oh, nein, 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 komm, halt die. Ah. Gibt es da noch? Und springen. Und springen. Und springen. Und springen. Und springen. Okay. Das ist brackish間. Jetzt komm. Und jump! Und jump! Und jump! Jump, jump, jump! Jawohl! Und jump! Super, push up! Noch 22, nein? Zeit abgelaufen. Nur 18 haben sich qualifiziert. Gut, 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 gut. Was kommt als nächstes? Das da, wo sich der Boden ablöst, ist ein cooles Spiel. Okay, genau das spüren wir. Meide falsche Felder und finde verborgene Pfade, um die Ziemen zu erreichen. Warum das machen? Einfach drauf los! Na, Papi! Aua! Los! Springen, springen! Aha, da ist schon gut. Gut, dann machen wir das so. Und spring! Und spring! Oh, spring! Oh! Oh! Oh, 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 oh! Ah! Fast! Komm, komm, komm! Da jumpen wir doch einfach rüber! Jawohl! Oh! Wuhu! Qualifiziert, ja! Sieben Leute haben sich qualifiziert. Ne? Neun, zehn. Was? Das Stück können insgesamt sich qualifizieren. Ente? Ah, nix. Ente ist süß-sauer. Noch, Das habe ich gemeint mit dem Boden, das ist cool, verschiedene Ebenen, Bodenteile stürzen weg, wenn du darauf stehst, bleib in Bewegung und überlebe am längsten, um die Krone zu erreichen. Da muss man praktisch gar nicht so viel bewegen. Immer nur schauen, kurz bevor der Boden einstürzt, hüpst du aufs Neckste. Nein, nein, was mache ich? Ich glaube, das wird nicht. Das wird nichts. Ach, das ist definitiv besser. Das ist eine Wachsturz. Das ist eine Wachsturz. Ja, ich glaube, es ist wirklich normal. Wachsturz. Hunde beendet. Huch! Nee! Siegel! Huuuuh! Die Wäschchen, die Siegel! Hammer! Ja, klar! Ich hab's gedacht! Wie geht's denn? Halt der Köp! Alles klar! Beendet ich das hier mal! Rampfsaison! Belohnungen! Hammer! Erster Klasse! Juhuuu! Neue Belohnungen! Wirbelbohne! Häufig Wirbelbohne! Spitzname! Okay! Ausgesehen! Was? Ausgesehen! Ausgesehen! Okay! Juhuuu! Juhuuu! Neue Belohnungen! Selten! Ausgesehen! Ausgesehen! Schnäppchenerke! Erfolg freigeschalten! Bestätigen! Alles klar! Also dann bis zum nächsten Video! Macht's gut! Ciao!